Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Andi und heute gibt es wieder eine weitere Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir den Shortcut unten geöffnet. Endlich nicht mehr so ein langer Weg vom Leuchtfeuer her. Aber ich hoffe, dass wir jetzt bald mal ein neues Leuchtfeuer finden. Weil ihr seht es ja da unten, 36.500 Seelen ist schon wieder ein Level. Und hier merkt man wirklich jedes Level, was man macht. Dass es dann einfach nicht mehr so schwer ist. So, ich glaube, hier haben wir alles eingesammelt. Also ich sehe zumindest jetzt hier nichts mehr auf die Schnelle. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da oben weiter. Da geht es doch, da ist ein kleiner Tunnel nach unten. Genau, die haben wir gelegt vorher. Wie kommen wir denn da hin? Von da oben irgendwie. Okay. Werden wir dann auf jeden Fall bestimmt noch rausfinden. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Okay, was ist das für ein Raum? Hä? Okay, auf jeden Fall eine große Statue. Ist hier irgendwo, hängt irgendwas an der Decke nicht. Also irgendwie, wenn so eine Spinne runterfällt hier. Okay, dann geht es hier weiter, oder? Genau, hier geht es weiter auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal hier alles ein bisschen abklopfen. Weil man weiß ja nie. Wo? Was ist das? Okay, gehen wir mal hier rein. Oh mein Gott, das ist doch ein Bossraum, oder? Das ist doch ein Bossraum. Geht es hier mal vorsichtig weiter. Oh, Blechhelm, Blechrüstung, Blechstulpen, Blechgemaschen. Wollen wir uns gleich mal anschauen? Ein komplettes Set wieder gefunden. So, Blechhelm. Ist auf jeden Fall leichter. Aber hat halt weniger Resistenzen. Aber das ziehen wir jetzt trotzdem mal an. So, Blechstulpen. Blechgemaschen. Schaut auf jeden Fall hammermäßig geil aus. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal mit der Rüstung. Schauen wir mal, wie es uns da geht. Sie ist auf jeden Fall leichter. Das heißt, dass wir uns vielleicht mal... Wir haben ja vorher den Schwarzbogen bekommen. Vielleicht können wir den jetzt gleichzeitig ausrüsten. Wenn wir den schon nehmen können, das weiß ich eben nicht. Schwarzbogen. Ah, kann man noch nicht nehmen. Geschicklichkeit 20. Okay, dann müssen wir noch zwei Punkte in Geschicklichkeit reinsetzen. Okay, das tun wir uns auf jeden Fall mal vormerken. Schauen wir einfach mal weiter. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, Leute. Ich habe ein ganz komisch. Okay, das ist eine Kiste Okay, das ist keine Mimic Wie ihr das erkennt, ob das eine Mimic ist oder nicht, habe ich ein Tutorial gemacht Das ist auch auf meinem Kanal Unter Dark Souls 3 Tutorials Da könnt ihr euch das anschauen Dann seht ihr das, ob das eine Mimic ist oder eben nicht Umkehring Umkehring, mal schauen, was das ist Umkehring Männer können Frauenaktionen ausführen und umgekehrt Hä? Dieser göttliche Ring wurde Der finster Sonne Wendelin In seiner Jugend verliehen Lässt Männer weibliche Aktionen ausführen und umgekehrt Wendelin wurde durch die Aura des Mondes Wie eine Tochter herangezogen Und soll wie eine launische Und grüblerische Göttin Verhalten haben Okay So, schauen wir auf die andere Seite Vielleicht gibt es da auch noch was Eine Kiste vielleicht Eine Kiste Eine Kiste Eine Kiste Ne Ne Leider nicht Okay Hier ist nichts Hier ist ein Art Bild Hier bin ich jetzt nur wegen dem Ring hier rein Okay, ich habe die Blechrüstung jetzt auch bekommen, aber Das ist ja ein bisschen komisch, wa? Die Rüstung schaut schon cool aus, Leute Schaut euch das an Geil So, schauen wir uns die Wende nochmal ein bisschen an Papier noch vielleicht irgendwo was ist Ein Riesenraum wegen so einem kleinen Ring Das ist ja Wahnsinn Was ist da los? Okay, scheint nichts mehr zu sein Dann gehen wir wieder zurück Ich wollte mir nur noch schnell die Ringe anschauen TP Ich glaube ich werde den jetzt mal Raustun gegen die Ausdauerregeneration Weil da habe ich eh ein bisschen Probleme Von der Belastbarkeit Ja, vom Gewichtsverhältnis passt es auf jeden Fall noch So, dann gehen wir mal hier hoch Schauen wir mal, wie es weitergeht So, genau Hier geht es weiter auf jeden Fall Von hier sind wir gekommen Dann gehen wir hier weiter Hä? What? Was? Ah, hier ist ein Hebel Man, hat Papa wieder nicht gesehen Okay, alles klar Ist hier noch irgendwo ein Hebel? Oder so Hier ist eine Mauer An Heidiin Ansonsten 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 Ers So, hier scheint jetzt nix zu sein, hier scheint jetzt nix zu sein, hä, das ist ein Leuchtfeuer, wie soll ich da rüber kommen, vielleicht müssen wir das irgendwie da ran drehen oder so, ich scheint auch noch was zum drehen zu sein, geil, okay, okay, da will ich nicht runter fallen, das ist echt heftig, man sieht von hier wirklich, ich weiß nicht, wann ich da angefangen habe, vor 10, 12, 13 Folgen, da sieht man wirklich, wo man hier angefangen hat, was für ein Gebiet ist, das ist ein Hammer, da hinten, auf der Brücke hat das Gebiet angefangen, echt heftig, man kann das komplette Gebiet hier überblicken, Hammer, so, jetzt müssen wir mal schauen, hier geht es irgendwie noch runter, vielleicht haben wir irgendwas geheimnis noch freigeschalten, man weiß ja nämlich nie, so, das ist bloß das, da kommen wir nicht rüber, so, okay, dann wären wir jetzt mal, auf jeden Fall hier hoch, ich habe da nämlich glaube ich ein Leuchtfeuer gesehen, Anu Londo, so, okay, Dutz, so Leute, ich werde jetzt mal zum Feuerbansch rein, aber mal zurück und ein Level machen, und zwar wollten wir ja, oder ich wollte zumindest mal ein bisschen was in Ausdauer noch investieren, jetzt können wir eigentlich mal schauen, ob der Dieb schon zurück ist, der Grey Red, bei den haben wir ja auf Reisen geschickt, jetzt ist er schon zurück, dass wir da ein bisschen was Neues kaufen könnten vielleicht, das ist eine geile Stimme, ja, aufsteigen, so, wir wollten in Kondition auf jeden Fall, zwar jetzt nicht so viel, aber, ein bisschen mehr auf jeden Fall, so, dann schauen wir mal, ob die Grey Red schon da ist, Grey Red, der Dieb, Mann, der ist immer noch nicht da, was ist denn da los, wo ist denn der hin, haben sie den geschlachtet oder was, genau, dann könnte ich, der hier die Asche geben, die wir ja gefunden haben vorher, müsste es eigentlich sein, genau, Schattenasche hergeben, Asche eines Ostländers hergeben, so, dann schauen wir mal, was die im Angebot hat, wenn ich nix weltbewegendes, okay, alles klar, ja, ja, gut Leute, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mit Arno Londor weiter, oder schauen wir mal, wie weit man da kommen wird, ich habe ja eigentlich den Kerker von Ethriel und die gottlose Stadt wäre eigentlich auch noch da, zu machen, und dann müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen, aber keine Angst, wir machen auf jeden Fall jedes Gebiet durch, aber ich denke, dass ich mir ein bisschen Arno Londor anschauen werde, dann schauen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir da durchkommen, vielleicht ist das Gebiet auch noch ein bisschen zu hoch für uns, na gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, und ansonsten, bis zur nächsten Folge, ciao, euer Andi.